Hey Leute, was geht ab? Minecraft 1v1 am Start. Hey Mikey? Ja. Wir machen ein Fast-to-Five. Mit Zufallskits. Wir machen das jetzt so, wie ich das jetzt mal aussuche und ich würde mal sagen. Mikey? Stopp. Stopp. Boah, das sieht nicht schlecht aus. Oh, da wird die Mef generiert. Schicht für Schicht. Aber das Schlimme ist, Mike. Ich möchte keinen Bogen. Ich möchte einfach keinen Bogen. Wir haben einfach gespielt. Was? Oh nö. Der Durchbruch ist einfach das, was ich auch meist nasse. Wieso kann man nur unter, Mike? Kann ich auch? Ja. Oh man, ich hasse Doppelsprung. Oh man, ich hasse Doppelsprungs. Lol, da ping. 1-0 für mich. So, Mike. Mach Doppelsprung aus. Wenn es geht. Das ist ja nur von Pit aus immer so. Sag mir mal Stopp. Stopp. Oh leu. Ach, oh leu. Oh leu. Da geht's bei mir schon los. Euer Hannes? Oh Gott, sag' ich was weg. Is endlich. Oh leu. Oh leu. Ah! Oh les was mit ihm. Oh leu. Oh leu. Oh leu. Oh leu. Oh leu. Achtung! 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 Aber immer aufregend über Bow Spammer, du Assi! Wow! Leute, meine Lava ist weg! Achtung! Alles klar! Geil, meine Lava ist weg! Alle, damit es weh bleibt! Ich hab auch keine Lava mehr! Okay! Ich hab mir so leicht buggy hier! Oh man! Oh man! Oh ja! Oh man! 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 cool ich habe immer noch was für meine Wetter warum auch immer du zehn Herzen hast du kleiner Hacker ja Mike jetzt sagst du mal auf den Slashkit und dann einfach nur Taktik beteilten was ähm Slashkit Leertaste und dann Tab gedrückt halten hä? Slashkit Leerzeichen und dann Tab gedrückt halten dann siehst du das ganz viele Namen wenn wir durchscrollen siehst du das? ja nein das hast du jetzt einfach irgendwann stopp Mike ok stopp oh fuck ooooh schau dir so noch die scheiß Borkett we 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 zwei Schaden nö alter oh nö kriegt man nö nein A macht halt auch noch was anderes warte mal ich versuche mal was in der Abgang ja 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 kann man ja versuchen die Dings zu machen hier Flassbütschen hm wow verstehe das nicht ja limel頻道 der flassbütschen hier hab an ja hier fal Oh, das Kid ist richtig derbel langweilig. Warte, Mike, ich sprenge mich mal an die Luft. Ja? Hm. Mike hält mir mal an, mich in die Luft zu sprennen. Ich sprenne mich mal an, mich in die Luft zu sprennen, mich in die Luft zu sprennen, mich in die Luft zu sprennen. Und Mike? Stopp! Und du. Das ist ein Kipp, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Wow! Äh, Loi. Nice! Meine Maus reagiert nicht mehr. Warte mal. Wow. Das lief's gar nicht. Was denn jetzt? Meine Maus saß. Wie aus. Ausgezogen oder was? Geht einfach nicht mehr. Hats' auf. Warte, ich hab sie neu eingesteckt. Okay, jetzt geht's hier wieder. Okay, das ist... Das war übelst unfair. Ich kann... Nice. Ich kann einfach nicht... Ich kann einfach nur so schlagen. Einfach nur in eine Richtung. Ich kann in zwei springen und so. Äh, bleibst hier aber bei 2-2. Oh, Junge, jetzt geh weg. Oh, Loi. Noch nochmal. So, jetzt hier. Ist mal wieder. Schlitzt. Loi! Wow. Mann, wie verbiss ich doch mal, du Hurensohn. 0,5! Oh, Alter! Ein Null. Das kommt dabei raus. Immer so lange in kein Minecraft-Gespieler. Früher hat er die ganze Zeit geschlitzt und jetzt verloren. Verloren. Was? Stopp. Stopp. Wow. Ja. Oh, Alter. Oh, Mann. Hat Stärke wenigstens. Oh, Loi. Das ist Clay. Äh. Oh. Warte mal. Loll. The fuck. 0. Na gut, ich... 3,5. Weil ich getrollt hab. Ja. Stopp. Oh. Ey, es war einfach... Ein Fun-Kit war. Nein. Ich mein, ein richtiges Kit war. Mooooooon. Mooooooon. Oh, das war auch immer. Haha! Well played. Well played. Was? Alter! Yo! Mach das, ich hab da mit der Bogen. Oh, lol! Woah, fuck. Nope. Ah, lol! Nein! Das ist so dumm. Das ist so dumm. 3 auf die 1, Alter. Shit. So, Saran. Stopp. Oh, ein vernünftiges Kid, ey. Ja. Einigermaßen. Oh, ja. Oh, Schlagmajor. Bruh. Schau, nicht schlau. Wow. Ach, komm, verdammte Scheiße, Mann. 4-2. Und? Stopp. Pfff. Oh. Pfff. 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 Pff. Pfff. Pfff. Warum macht man im Endeffekt solche Kids? Echt? Warum macht man so eine scheiß Kids? Alles klar Wie passiert sowas? Ey, das zählt nicht Alter Na komm, Maik, mach nur dein Kid Wie? Dein Kid Nein, wer sagt das Kids? Wow Alter, du bist so hart am Pingen Ich hab gewonnen, trotzdem geben wir dir noch eine Runde, Maik Alter Das hat echt keinen Spaß gemacht Bei den Serious Kids hab ich gewonnen Bei den Fun Kids, Alter Wie kann man bitte nur 8 Goldäpfel haben? Maik, komm runter Zum guten Schluss will ich noch mit Maik jetzt Was kann ich denn jetzt? Das ist doch ganz in Ordnung Achso Danke für mein Pfeil Alter, warum treffe ich dich nicht? Ich bin eh mehr voll drauf Na ja, egal Komm, Maik, komm mal Wenn's euch gefallen hat, lasst ein kleines Wert und da Und ich würde mal sagen Wir sehen uns am nächsten Mal wieder Denn es heißt Minecraft 1 gegen 1 oder etwas anderes Mit dem Maik Ja Und Tschau Jungs Jo, das ist Janus, der war beim nächsten Mal Tschau Leute Wie ich es mag, wenn die Aufnahmen nicht ausgeht Bis bald Jahrhund Jahrhund Sä. Jahrhund Äh